Moin meine Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute mal wieder mein... In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall hier ein Büschle renoviert hier, hier guck. Und dann ging hier ein Büschle hier so auf Erkundung und dann bin ich halt auf das da hier, auf Erkundungstuhl und dann bin ich auf das da gestoßen, auf diese Höhle und dort gehen wir auf jeden Fall heute rein. Nein, ey. Chicken, chicken, nicht in mein Haus reingehen. Das ist mein Haus. So Leute, ich würde sagen, machen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Fackeln. Ups, hier haben wir fast eine Treppe gemacht. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Stöcke. Die mache ich mir noch gleich und ich nehme die Holzachse mit, weil ich ein bisschen Kohl farmen muss. Oh oh. Ich brauche nämlich hier genug Kohl. Ach. Wenn man vom Kohl spricht, Leute. So, alles hier gehört mir. Ach, das war ein Fehler jetzt. So, Leute. So, das reicht noch nicht an Fackeln. Vielleicht finden wir Diamanten. Oh, warte. Also, ein Schwert brauche ich. Du hast nämlich doch mit ne Spitzhacke. Die Schaufel will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So. Essen. Das wird reichen, Leute. Wir gehen jetzt in die Höhle. Und Leute, vergessen nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen. Okay. Auf Ehre. Ein Like und ein Abo. Habt ihr es gemacht? Ich zähle bis... Ich zähle bis drei. Okay. Eins, zwei, drei. So. Wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, dann passiert gar nichts. Einfach gar nichts. Ich wollte nur irgendwas sagen. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Höhle. Ich hoffe es nicht nach. Okay. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Also, in die Richtung hier geht es auf jeden Fall schon mal raus. Ist gut. Ein bisschen Erde will ich mitnehmen, Leute. Erde ist wichtig. Da habe ich ein bisschen Erde. Neh, nehme ich mit. Ich fahre. So wichtig ist ja auch nicht die Erde. Dann fahre ich hier noch ein bisschen Stein. Okay, Leute, wir gehen jetzt vorwärts. Da wird es auf jeden Fall schon mal dunkel. Oh, Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst. Witten der Konzentrums und Kripa oder so gesprungen. Nicht dein Ernst. Was war das? Nicht dein Ernst. Das ist eine Sackgasse. Aber Leute, wenn ihr die letzte Folge gesehen... Oh, die gibt es ja auch noch. Wenn hier auch eine Sackgasse ist, dann... Leute, Kohlen nehme ich auf jeden Fall mit. Das gehört dazu, Leute. Kohlen mitzunehmen. So, okay, Leute. Okay, in welche Richtung, Leute? Erstmal in die vielleicht. Leute, es ist so dunkel. Was ist das? Eine Wasserquelle? Was ist das, Leute? Ich sehe gar nichts mehr. Ich verirre mich. Was? Eisen! Wir haben Eisen gefunden. Wir können uns vielleicht einen balden Eisenrolem holen, Leute. Wir müssen nur Kürbisse finden. Ich will Diamant finden. Ich will Diamant finden. Behind음 Ja! Zombie! Leute, ich hab den Schock meines Lebens bekommen. Noch einer! No! Creeper, geh weg von mir. Okay, Leute. Sackgasse. Geh hier noch rein. Sackgasse, Leute. Okay, ich check nicht mehr, in welche Richtung ich gehen muss. Ich bin, glaube ich, von hier gekommen, oder? Oh, wegen diesem Zombie habe ich so einen Schock bekommen, Leute. Ey, hier war auch eine Sackgasse. Hä? Ich habe mich verirrt. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Hier geht es auch noch runter. Da gehe ich nicht runter, Leute. Vergiss es. Dieses Mal noch nicht, vielleicht in der nächsten Folge. Wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Nein, Leute, schreibt einfach, wenn ihr kommt da, dann ist es kein Like und ein Abo da lassen. So, okay. Hier. Hier muss ich hoch. Nein! Schlechte Idee. Die Wasserquelle. Die können wir auf jeden Fall wenigstens Wasser holen dann. Immer. Okay, Leute. Wir müssen schnell raus. Auch da. Leute. Hier. Leute, er ist mitten in der Nacht. Ich muss zu meinem Haus. Leute, schnell. Ich muss rein. Nein! Nein! Leute. Oh mein Gott. Ich habe Hunger. So, Leute. Das war es auf jeden Fall. Denken wir mit diesem Video. Oh, da verbrennen noch die Zombies. Ruhe, Leute. Das war heute eine sehr spannende Folge. Nein! Er schießt auf uns. Ich kill ihn. Ich kill ihn. Geh weg, Zombie! Lass mich in Ruhe. Ah! Was war das? Ein Creeper? Okay, Leute. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Sch engagements im Publikum? Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja.